Ein flauschiges Hallöbchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Green Hell. Ich bin voll motiviert, anders als vor der letzten Episode, wo ja alles abgestürzt war, und wo so viele schöne Sachen fehlen. Dosenkäse. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich Dosenkäse für so eine gute Idee halte, aber wenn wir schon mal hier sind, fällt mir da was ganz Tolles ein. Ich wünschte, ich könnte das einfach anständig auf irgendein Regal stellen, aber kann ich leider nicht. So, wir schmeißen hier erstmal alles raus. Das sollte ich bald grillen. Ich schmeiß mir hier die ganzen abgepackten Lebensmittel kurz aus meinem Inventar. Und draußen stelle ich mir dann auch diese Sachen auf. Eine leere Dose brauche ich nun wirklich nicht. Der Instant-Kaffee. Boah, der kann ja auch. Wo ist mein Instant-Kaffee hin? Wo ist mein Instant-Kaffee? Da ist mein Instant-Kaffee erst. Der hat sich unter den Teppich gebackt, dann lassen wir ihn da nicht liegen. Okay, wir müssen auf jeden Fall das Zeug hier bauen. Und dann weiß ich noch nicht, wie wir an den Schlüssel reinkommen, aber wir müssen auf jeden Fall Sachen bauen. Und ich freue mich schon darauf. Das wäre jetzt die Stelle im Dschungel, wo ich tatsächlich denken würde, hier kann ich vielleicht überleben. Hackt das Ding, Jake. Hackt das. Sehr schön. Ein langer Stock und der muss noch ein zweiter sein. Ja, da sind wir uns weiter. Ja, lange Stöcke. Der Grund, aus dem ich gerade so unglaublich motiviert bin, ist, ich weiß es eigentlich selber nicht, aber es war halt ziemlich, ja, man muss es schon so sagen, deprimierend, wenn man weiß, okay, ich habe irgendwas aufgenommen, es ist was Tolles passiert, wie diese Schädelkrieger, die an uns vorbeigelangt sind, und die müssten mir jetzt einfach glauben, dass sie tatsächlich da waren und ich mir das nicht ausdenke. Und dann ist es nachher einfach weg. Und ich baue hier so gerne, und ein anderer Grund, aus dem ich eben super happy gerade bin, ist im Prinzip, weh, hier kommt eine Großkatze, ist im Prinzip, dass es ein Update geben wird, wo man mehr bauen kann. Oh, da unten sind wir ganz bananen. Es wird ein Update geben, wo man mehr bauen kann, also wo das Bau ein bisschen ausgebaut wird. Wunderbar, das sind wieder zwei lange Stöcke. Da, dankeschön. Und das heißt, es sah aus wie zweistöckiges Bauen, um ehrlich zu sein. Also es sah aus nach zwei Stockwerken irgendwie. Oh, jetzt habe ich nicht genug Seile. Okay, das kriege ich aber hin. Seile gibt es hier, da hinten ist ein Baum mit Seilen. Was dann? Nein, das ist kein. Den kann ich aber auch fällen, den Baum. Ja, sammle die Diane. Denn wir brauchen ja für unser Lagerfeuer-Dach brauchen wir ja sowieso Baumstämme. Und da können wir dann den da hier, da sollten zwei rauskommen. Ich werde aber erst mal speichern, kurz nachdem wir den Wassersammler gebaut haben. Was ich erzählen wollte, es wird ein wunderschönes Update geben. Ich behaupte jetzt einfach, es wird wunderschön werden. Da kann man zum einen Sachen anbauen. Also Gemüse, ich weiß noch nicht, was man anbauen kann, aber wir werden schon irgendwas Schönes finden. Was wir dann anbauen können. Und Ja, das ist das letzte Blatt. Was ich jetzt machen wollte, das war eigentlich hier direkt. Sag mal jetzt. So. Falls es regnet, dann können wir da gleich ein bisschen Wasser rausnehmen. Ähm, Sachen anbauen können. Und das sah so aus beim Bauen, beim Baumenü. Also bei diesem einen kleinen Bildchen, was man vom Bauen sozusagen gesehen hat. Als könnte man dann zweistöckig bauen. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Es kann auch sein, dass ich mir das nur eingebildet habe und so ein bisschen Wunschdenken bauen. Das einfach nur sowas wie Türme geben wird. Aber auch mit einem Turm wäre ich super glücklich. Alles, was Bauen ist, ist super. So. Perfekt. Weg mit den Dingern. Und jetzt stelle ich mir hier einfach mal den Topf drunter. Der kann nämlich ordentlich Wasser aufsammeln. Als nächstes würde ich eigentlich fast lieber... Ich speichere ganz kurz. Nicht wundern. Für den Fall, dass irgendwas passiert... So. Für den Fall, dass irgendwas passiert, haben wir Vorräte. Aber dann ist wenigstens das Zeug hier halbwegs... halbwegs gesichert. Oh nein, nein. Ich wollte die nicht nehmen. Ich dachte, ich kann schon was trinken. Entschuldigung. Ähm, dann werde ich jetzt versuchen, das Ding zu bauen für unser... Hier ist schon. Das Ding. Das Gestell. Das Häuschen für unser... Das ist ganz furchtbar. Es muss irgendwann regnen. Oh, das ist noch ein langer Stock. Das ist aber okay. Den brauche ich noch. Ähm, das Häuschen für unser Lagerfeuer. Und dann muss ich unbedingt natürlich auch, ganz wichtig, leider, eine Falle bauen für die Tierchen hier. Da hinten ist... Kann ich den Baum fällen? Ist der hier... Der ist dick genug, oder? Der sollte auch... Der sollte auch zwei Baumstämme geben. Dann haben wir da noch ein paar lange... Holzscheide 1, Holzscheide 2, dann sind wir schon fast soweit. Und dann muss ich eben da vorne auf die Landebahn mitten drauf... Jetzt habe ich vergessen, die Bananen zu sammeln. Muss ich mitten auf die Landebahn natürlich noch einen... Mindestens eine Falle bauen. Im Endeffekt würde ich gerne zwei bauen. Wir werden so viel Fleisch haben. Aber ich glaube, das ist gut und wichtig und nötig. Und wo da hinten war doch der... Irgendwo hier habe ich doch gesehen, dass es Bananen gab, oder? War das hier irgendwo? Da war es. Jetzt können wir die nämlich auch ganz wunderbar einsammeln. Okay, das ist bei mir. Ich höre Geräusche bei mir. Übrigens, große Sache, ich habe tatsächlich... Man glaubt es kaum. Ich habe mein Fenster geschlossen. Es ist inzwischen so kalt, dass ich tatsächlich... Sogar ich mein Fenster irgendwann stieße. Und falls jetzt irgendjemand denkt... Ja, normal, das macht jeder normale Mensch, der nicht total... Bekloppt ist. Ja. Aber. Ich habe die... Ich habe die tatsächliche Angewohnheit. Ich... Oh, da ist eine Liane. Ja, die hätte ich ganz gern. Ich lasse mein Fenster immer möglichst offen. Also ich habe... Im Prinzip habe ich den kompletten Sommer über... Da sind auch mehr Lianen. So viele Lianen. Und Laufen. Im Prinzip habe ich den ganzen... Den ganzen Sommer über mein Fenster offen. Den ganzen Frühling über das Fenster offen. Ist hier nochmal irgendwo ein langer Stock. Da würde ich mich voll drüber freuen. Jetzt kommt gleich so... Nein, mein Tiger. Und das habe ich jetzt tatsächlich zugemacht, weil mir ein bisschen kalt wurde. Das ist übrigens auch der Grund, aus dem ich sehr, sehr oft immer sage, dass ich nicht wirklich aufnehmen kann wegen meiner Nachbarn. Weil einfach mit einem offenen Fenster hört man sehr, sehr viele Geräusche, die andere Menschen draußen machen. Und das kann sehr, sehr störend sein. Das wird auch ein Stock. Okay, ich würde ehrlich gesagt... Es hat nicht geregnet, aber wir könnten was trinken. Ich glaube, das hilft dann schon nur ein bisschen. So. Ich würde gerne hier irgendwo... Ne, ich würde erstmal noch ein bisschen beobachten, wo die entlang laufen. Ich würde also erstmal einmal noch speichern. Dann machen wir da einfach ein Bananenblattdach. Dann können wir ja erst ein Bananenblattdach verbrauchen. Und dann... So. Mal schön überspeichern. Solange uns nichts fehlt, solange es uns gut geht, können wir das locker machen. Was brauche ich denn jetzt eigentlich nur noch? Wie viele lange Stöcke brauche ich noch? Das sind drei, zwei, drei? Zwei, drei, zwei! Perfekt! Das heißt, noch ein Bäumchen und dann haben wir es. Dann noch ein paar Seile, die werde ich jetzt da hinten gleich sammeln. Solange ich noch weiß, wo sie sind. Die waren nämlich hier irgendwo. Da war Liniane. Liniane. Eine Liniane, da ist noch... Weißt du was? Man kann niemals zu viele Molineria haben. Aber man kann ein bisschen zu erschöpft sein, um es zu sammeln. So. Blätter. Und dann werde ich diesen Baum hier noch fällen. Und hoffen, dass das noch geht mit meiner Ausdauer. Sollte aber fast. Wo ist der zweite Stamm? Der ist doch... Die spucken doch normalerweise zwei so lange aus, oder? Ist der aufs Dach gefallen? Oh, da sind Kokosnüsse. Ich habe mal ge... Tatsache, da ist er aufs Dach gefallen. Ich will den haben, bitte. Oh Gott. Jetzt komme ich mir hoch. Ähm, ich habe tatsächlich mal gehört, man kann Bäume... Ähm, man kann Bäume vom Baum schießen. Man kann tatsächlich... Okay, das wird nichts. Kokosnüsse vom Baum schießen, mit einem Pfeil zum Beispiel, wenn man einen trifft. Was super cool wäre. Werde ich niemals schaffen, aber... Okay. Also bisher fühle ich mich hier sehr sicher. Was, glaube ich, mit daran liegt, dass wir überall speichern können. Ey, ist so ärgerlich. Ich will die... Kann ich nicht einfach von da drinnen? Wie geht das? Mann, schade. Schade. Ich kann hier noch ein paar kleine Stücke sammeln, dann haben wir davon wieder welche, denn irgendwann werden wir bestimmt... Ich mache mich gerade so Sorgen. Habe ich noch... Kann ich... Warte mal, kann ich hier drauf? Kann ich mich selbst... Kann ich auf diesen kleinen... Rügel springen? Oh, das geht. Doch, das geht. Warte mal, das geht. Das geht. Warte. Jake. Jake, du kannst das. Du hattest im Sport sicher gute Noten. Spring da drauf. Spring da drauf. Spring da... Ja, ja. Stöhne. Spring da drauf. Mia wäre stolz auf dich, wenn du das schaffst. Okay. Nein. Ich wollte... Ich wollte auf den Stein springen und dann... Äh, auf den... Auf den, ähm... Nicht Stein. Jetzt nehme ich mal so eine Quark. Ich wollte auf den... Kannst du das Ding mal treffen, bitte? Dann halt nicht. Ich wollte da drauf springen und dann... ganz, ganz cool sein. So, kann ich jetzt bitte die auf... Danke. Jetzt würde ich die gerne trinken. Und dann würde ich sie gerne sammeln. Ich würde mich gerne waschen. Ich würde jetzt noch unbedingt gucken, wo wir uns waschen können. Denn leider kann ich mich... Mann, ich kann mich damit leider nicht waschen. Das ist sehr schade. Das ist so schade, dass ich mich damit leider nicht waschen kann. Und ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass das Spiel nicht böse ist und mich jetzt genau... Am Bohrer? Habe ich noch... Habe ich noch ein Vogelnest? Oh ja. Einmal trockene Blätter haben wir noch. Ich würde nämlich gerne das Fleisch zubereiten. Ich bin zu müde dafür schon. Wie lange hält es denn noch? Zwölf Stunden. Ja, das geht aber. Okay, dann legen wir uns jetzt erstmal schlafen. Mal speichern, nochmal schlafen. Und dann am nächsten Tag werden wir auf jeden Fall die Falle bauen müssen. Und dann... War da noch was drin? Instantkaffee, Instantkaffee. Ich habe das Gefühl, manchmal spawnen diese Sachen nach. Und da freue ich mich dann immer. So. Immer hier bitte speichern. Und jetzt schlafen wir hier ein paar Stündchen. Wir müssen dann auf jeden Fall mindestens eine Tötungsfalle, wenn nicht sogar zwei, bauen. Bis nachts um eins. Das ist eine gute Zeit, um Fallen zu bauen. Da steht der Mond schön hoch. Sobald wir hier die Grundversorgung sozusagen gesichert haben... Das sieht nicht nach Regen aus, oder? Ich würde nämlich jetzt echt gerne mein Fleisch zubereiten. Sobald wir dann unsere... Oh nein, habe ich jetzt dieses blöde Blatt verbraucht? Ah gut, wir haben noch eins. Sehr gut. Ja, benutzen einmal bitte. Ich weiß nicht, ob wir das vorher schon hatten. Ob das einfach nur wieder an eine andere Stelle einsortiert hat. Nein! Ja, ja. Sehr schön. Feuer machen plus eins. Sehr gut. So, und jetzt würde ich ganz gerne... Wo ist mein... Ach, jetzt kann ich ihn nicht mehr nehmen. Warte mal kurz. So, damit er wenigstens hier unten auf jeden Fall steht. Wo ist mein... Der ist nochmal Molinea, der ja. Wieso kann ich denn das jetzt nicht mehr auf... Weil ich... Ah, verstehe. Weil ich daraus noch keine Verbände gemacht habe. Habe ich denn was gerade in meinen Wassersammlern drin? Leer. Und leer. Okay, dann kann ich mir das schwaben. Ich wollte gerade überlegen, ob ich mir nicht eine Suppe machen kann. Aber das kann ich knicken. Dann... Grillen wir einfach mal das hier, bevor es schlecht wird. Und ich habe noch ein paar Pilze, oder? Ja. Dann würde ich jetzt sagen, ich gucke einmal schnell, was mir fehlt. Wasser, Fette. Ein bisschen Protein. Ich hoffe jetzt einfach, ich ziehe mir nicht so ein. Ich esse jetzt einfach die ganzen Sachen, die irgendwie verderben könnten. Und werde das Fleisch dann auch gleich essen fürs Protein? Ups, da war. Nein, nein. Essen. Und... Zwei Pilze hinterher für die... Zwei Pilze hinterher für die, ähm... Ihr wisst schon. Für die Mäuse. Nein, äh... Für die Parasiten, die wir loswerden müssen. Jetzt speichere ich nochmal. Speichere nochmal. Und zwar diesmal auch zwei. Oh, danke schön. Und dann werden wir jetzt... Das nächstwichtigste machen. Denn das hier ist nur wichtig, wenn wir tatsächlich Fleisch haben zum Grillen. Deswegen würde ich hier... Fallen, da fallen. Und zwar würde ich gerne Tötungsfalle aufbauen. Und zwar... Hier etwa. Und dann würde ich aber gerne nochmal eine bauen. Damit wir halt doppelte Gelegenheit haben, vielleicht Fleisch zu fangen. Dann würde ich gerne noch eine bauen. Und ich weiß, wir können uns noch für Steine suchen. Aber das kriegen wir schon hin. Dann würde ich gerne noch eine hier bauen. Die sind nicht ganz in der Nähe voneinander. Dafür brauche ich jetzt... Viele Holzscheite. Okay. Sind das mehr geworden? Waren das schon immer so viele Holzscheite? Ich bilde mir ein, dass das mal weniger waren. Wir müssen auf jeden Fall noch einen langen Stock finden. Und wir haben Viecher. Müssten aber Egel eigentlich sein. Wir sind ein bisschen... Ich finde das übrigens sehr, sehr cool, dass man hier schmutzig werden kann. Ich finde das weniger cool, dass man sich Parasiten einfängt davon. Beim Essen. Denn manchmal haben wir einfach nicht so die Möglichkeit, die wieder loszuwerden. Also ich finde es persönlich... Ich finde es ist ein toller Spielmechanismus. Aber natürlich finde ich es persönlich nicht gut... Oh, oh, da warte mal. Da ist ein langer Stock. Perfekt. Natürlich finde ich es persönlich nicht gut, wenn ich plötzlich Parasiten habe. Es ist etwas, was ich so nicht kenne. Ich glaube, ich habe es geschafft, in meinem Leben noch keine Parasiten zu haben. Was ich gut finde. Ich möchte das bitte auch dabei belassen. Hatte ich einen Kindergarten oder so? Leute? Ich glaube nicht. Ich glaube, auch das ist mir erspart geblieben. Was ich gut finde. Um das zu nochmal zu betonen. Okay. Ich würde gerne ein Bananenblattdach bauen. So. Ich bin ein Bananen... Bananababy. Nein. Das streichen wir wieder. Das klingt furchtbar. Bananababy. Bananababy. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich sollte vielleicht Palmblätter benutzen. Ich mache Palmblätter draus. Wir haben hier viel mehr Palm-Dinge. Es wird mir gerade klar. Wir haben hier so viel mehr Palm-Teile. So. Das würde ich gerne abreißen. Und stattdessen würde ich gerne ein Palm-Dach bauen. So. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das noch fertig machen möchte. Ich würde es tatsächlich erst noch fertig bauen, weil ich glaube, ich möchte... Wir haben ja dieses Ding da gesehen, vorne bei der Klippe. Unten irgendwo. Aber da würde ich tatsächlich gerne erst hingehen, wenn es hell ist. Also so spannend ich das finde, aber ich würde damit tatsächlich gerne warten, bis es... Da ist es. Ich würde damit tatsächlich gerne warten, bis es hell ist. Weil ich ein bisschen unsicher bin, ob ich im Dunkeln hier durch den Dschungel laufen möchte. Eigentlich bin ich so, dass ich mir sage, wenn es sich verhindern lässt, würde ich gerne nicht im Dunkeln durch einen Dschungel stolpern. So, wir haben hier sehr, sehr viele Palm-Blätter, ja. Das könnte sogar eventuell reichen, denn da lagen ja noch so ein paar rum. Könnte sogar dafür reichen. Wenn nicht, können wir uns irgendwo noch mal welche suchen, wo trockene Blätter dran sind. Denn ich glaube, es wird doch nicht reichen. Wir brauchen noch fünf Stück. Glaube ich. Fünf, vier oder fünf. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Elf von 16. Ich weiß aber nicht, ob das war bevor oder nachdem wir das letzte Blatt dran gepinnt haben. Ja, 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 ja. Da hinten holen wir jetzt einfach die letzten Blätter. So, egal wie viele es sind, drei, vier, ich nehme mal nur vier mit. Notfalls laufen wir noch einmal. Ich glaube, es sind fünf, es sind bestimmt fünf. So, wenn nicht, dann trage ich es lieber zurück, als dass ich da nochmal... Es sind bestimmt fünf. Wenn nicht, hoffe ich, dass man es verbrennen kann oder so. Ja, es waren vier. Okay. So, dann haben wir jetzt unser Lagerfeuer geschützt. Das ist super. Und es wird gerade hell, was noch viel besser ist. Und wir sind schmutzig, was nicht so toll ist. Aber das macht nichts. Ich gehe jetzt noch einmal rein, speichere. Denn speichern ist wichtig. Nichts hat mir das so sehr bewiesen, wie das letzte Mal. Die Aufnahme, wo was abgestürzt ist. Ich nehme mir jetzt einfach mal, so für unterwegs, eine Dose mit. Für den Fall, dass wir unterwegs Hunger bekommen und ganz dringend Nährstoffe brauchen. Und dann muss ich hier eben wieder ganz viele Bäume fällen. Aber das kriegen wir dann schon hin. Dafür haben wir dann vielleicht bald frisches Fleisch. Das ist etwas, wo ich niemals gedacht hätte, dass mir das wichtig sein würde. Aber im Dschungel... Warte mal, was ist eigentlich das hier für ein Kabel? Ein Antennenkabel. Kann es sein, dass wir... Oh, Schokoriegel. Danke. Noch mal Müsse. Danke. Kann... Kann es vielleicht sein, dass ich... Kann noch irgendwas? Nein. Kann es vielleicht sein, dass ich... Du bist... Was bist du eigentlich für ein Eck hier? Moment. Ich muss mal eben kurz was gucken. Hier ist das blaue Kabel. Das läuft darüber zu dem Ding. Dem sind wir schon fleißig nachgelaufen. Da läuft ein gelbes Kabel. Hier drunter. Deswegen habe ich es, glaube ich, nicht gesehen. Oh, das war kaputt. Das konnten wir irgendwie reparieren. Nee, ich bin nicht mit Stock. Heißt das, wenn ich das Kabel repariere... Bist du... Nein, du bist nicht zu zum Stock. Ich dachte, da wäre noch was. Heißt das, wenn ich das Ding hier repariere, mit was auch immer... Heißt das jetzt, ich kann das Funkgerät benutzen? Ich dachte, ich muss darüber in dieses komische Ding, um es zu reparieren. Brauche ich den Schlüssel vielleicht gar nicht? Konnte ich den jetzt eigentlich? Den konnte ich aber noch nicht aufheben, aber... Okay, versuchen wir es mal. Au, au, es passiert was. Hello, kann ich jemanden hören? Ich brauche Hilfe. Anyone? Come in, please. Ich brauche Hilfe. Anyone? Come in, please. Fucking hell! Copy, this is Manaus Control Tower, over. You can hear me. You can really hear me? I need help. Affirmative. Keep calm now. I can hear you. You're going to be alright. Please give us your name and position. Over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy, that Jake Higgins? Again? Okay. I know where you are. Please hold. Over. Okay. Are you alone? Over. There's a girl with me. Mia! Copy. No, there's nobody else here. I had that for a bad idea, that's to say. Are you still there? What do I do? Copy. Just stay where you are. Over. Will someone fly over? How long should I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. Soll, ich weiß der Himmel wie lange warten. Sie wollten wissen, ob ich allein bin. Wir meinten sie, warum schon wieder? Bin ich in Gefahr? Was, ja, warum schon wieder? Hey, what do you mean by again? Am I in some sort of danger? I mean, what's going on? Hallo? Answer, please. I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Fuck. Fuck. What the fuck was that? Oh, jetzt darf ich ihn mitnehmen. Mia, you're not gonna believe this. I found an Airstrip. And the radio is working. Help is on the way. At last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe now. Right. And since I know how to get out of here, now I need to find you. Just, come home. Ich lasse dich nicht zurück. Wo bist du? Was redest du? Ja, was redest du da? Ich hab ne Vermutung. What? What are you talking about? Just go home and don't worry about me. The only thing you will find here is disappointment. You don't need me anymore, Jake. It's time for me to go. Stay where you are. And wait for help. No, no, Mia. Talk to me. Where are you? Mia, please say something. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. Ich habe eine Vermutung. Okay. Und wir können einen Schlüssel aufheben. Ich glaube, Mia... Ich glaube tatsächlich, Mia ist tot. Ich glaube nicht, dass Mia noch lebt. Was haben wir denn da für einen Dialog? Ja. Machen wir gleich. Wo war das jetzt? Hier. Keine Ausrüstung im Flughafen. Wir sind gerettet. Wir müssen nur das Funkgerät reparieren und Hilfe rufen. Hier liegt so viel Ausrüstung, dass das kein Problem sein sollte. Scheiße. Ich verstehe nichts. Ich habe nach Hilfe gerufen und Mia ist einfach... Scheiße. Ich soll ohne sie zurückgehen? Was ist los? Ich lasse sie hier nicht einfach zurück. Wo ist sie? Ich glaube, Mia ist schon die ganze Zeit tot. Wir können noch mal mit ihr sprechen. Wir können es versuchen zumindest. Es müsste eigentlich... Bitte melden. Mia, komm in. Bitte. Mia, komm in, bitte. Er wird immer verzweifelt. Wie ist es? Wir können noch mal mit ihr. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Mia, komm in. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Ich glaube nicht, dass sie sich noch mal melden wird. Und wir haben, glaube ich, keine Energie mehr im Funkgerät für einen Dialog. Und für mehr reicht es gerade nicht. Ich habe ja die Vermutung, Mia ist tot. Er hat herausgefunden, dass sie krebs hat. Er ist in den Dschungel zurückgekehrt. Sie war niemals mit uns hier. Wir haben ja auch ihr Gesicht hier nie gesehen. Und ich denke einfach, das ist das Geheimnis von unserem Aufenthalt hier. Wir versuchen verzweifelt, sie zu retten. Sie ist vielleicht noch zu Hause. Sie liegt im Sterben und wir versuchen uns irgendwie gegen dieses Schicksal zu wehren. Und schaffen es vielleicht einfach nicht wirklich. Ich würde jetzt, um ehrlich zu sein, speichern, die Folge unterbrechen. Wir haben einen wunderbaren Funkspruch abgesetzt. Diese Frage, dieses schon wieder. Ich glaube, jemand hat sich als uns ausgegeben. Also jemand hat gesagt, hey, hier ist Dr. Higgins. Habe ich gerade eben gespeichert? Ich glaube, ich habe gespeichert. So, jetzt haben wir auf jeden Fall gespeichert. Ich denke, jemand hat sich als uns ausgegeben. Und ich denke, es war keine gute Idee, dass wir vielleicht gesagt haben, dass wir alleine sind. Denn falls jemand uns die Schuld an diesem ganzen Stamasser hier gibt, dann könnte er jetzt wissen, wo wir sind. Oder weiß vermutlich, wo wir sind. Sehr genau. Und könnte versuchen, uns für immer zum Schweigen zu bringen. Was nicht sonderlich gut wäre. Vielleicht hätte ich die Fallen weiter unten aufbauen sollen. Egal. Ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann werde ich gucken, dass wir da runter gehen. Ich werde gleich nochmal laden. Das ganze Gelaber soll uns nicht unbedingt unseren Tag verkürzen. Dann gehen wir da runter, gucken uns das an. Wir müssen hier warten. Wir gehen vor allem darüber, wo der Schlüssel hinführt. In dieses Gebäude. Und dann gucken wir einfach mal, was da unten ist. Denn ich denke, wir haben mehr als genug Zeit, um uns das anzuschauen. Was am Ende der Landebahn sein wird, wenn wir da runter gehen. Also macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süß. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Green Hell. Ich muss da nochmal wieder trockene Blätter sammeln. Bis dahin. Du wirst bald mein Essen sein. Bis dahin. Bye, bye.